Wir gehen direkt live nach Dresden zu meinem Kollegen Jörg Schönenborn. Jörg, was sind denn die neuesten Zahlen? Ich spanne euch jetzt ein bisschen auf die Folter in Bonn, denn unsere Hochrechner sind gerade dabei, die Zahlen zu aktualisieren. Vor wenigen Sekunden ist der 60. von 60 Wahlkreisen ausgezählt. Das ist im technischen Sinne immer noch eine Hochrechnung, aber eben auf Basis aller Ergebnisse. Und wirklich offiziell ist das Ganze erst, wenn der Landeswahlleiter nachgerechnet hat. Aber ich gehe davon aus, dass die Hochrechnung akkurat ist. Und es gibt eine Ergebnisveränderung, die wir den ganzen Abend nicht hatten, die ich aber jetzt mit der aktuellen Hochrechnung zeigen kann. Die CDU kommt danach auf 39,4 Prozent, verliert knapp einen Punkt, historisch schlechtestes Ergebnis. Die Linke 18,9, minus zwei Punkte ungefähr. Die SPD landet bei 12,4, zwei Punkte zu Gewinn. Die FDP ist nicht mehr im Landtag vertreten, 3,8 Prozent. Die Grünen haben 5,7, damit zwar Verluste, aber im Landtag vertreten. Die NPD haben wir rechnerisch jetzt bei 4,9. Wie viel, liebe Kollegen? 4,98 Prozent, das ist der rechnerische Wert. Das hieße im technischen Sinne eine 4,9. Damit wäre die NPD am Ende dieses Wahlabends doch nicht im Landtag vertreten. Ich gehe relativ sicher davon aus, aber wie gesagt, der Landeswahlleiter muss noch nachrechnen. Und die AfD ist dann am Ende doch nicht zweistellig, sondern hat 9,7 Prozent. Jetzt schaue ich mal gerade, ob wir auch die Sitzverteilung entsprechend aktualisiert haben. Wir gehen von 126 Sitzen aus, also einige Überhang- und Ausgleichsmandate. Und natürlich gäbe es für Union und SPD die Möglichkeit, zusammen zu regieren. Aber auch für CDU und Grüne gäbe es 67 Mandate. Man sieht hier, 64 wären nötig. Also wir hätten 6 Sitze Vorsprung nach diesem Ergebnis für Schwarz-Grün. Insofern hätte Stanislav Tillich, und das ist dann wirklich die ganz aktuelle Nachricht dieses Moments, die Auswahl zwischen diesen Bündnissen. Tatsächlich um die NPD rankende sich ja die Spannung des heutigen Abends, wenn man so will. Die AfD, 9,7, fast 10 Prozent, extrem stark. Woran lag das? Zum einen hat sie hier in Sachsen einfach eine Hochburg. Man darf nicht vergessen, bei der Bundestagswahl, bei der Europawahl holte sie hier jeweils ihr höchstes Länderergebnis. Und wir haben einfach mal die absolute Stimmenzahl von diesen 3 Wahlen hier für Sachsen nebeneinander auf eine Linie aufgetragen. Und dann gibt es ein ziemlich überraschendes Ergebnis, nämlich, dass es jeweils so um die 160.000 Stimmen sind. Im Grunde scheint die AfD also hier eine feste Basis zu haben und hat mit der gleichen Stimmenzahl aufgrund der Wahlbeteiligung jetzt eben ungefähr das Ergebnis der Europawahl geholt. Dabei ist auch deutlich, dass die Partei klaren Protestcharakter hat. Wir fragen am Wahltag die Wählerinnen und Wähler immer, haben sie ihre Partei aus Überzeugung gewählt oder aus Enttäuschung über die anderen Parteien? Und normalerweise sagt die Mehrheit klar, ich bin überzeugt von meiner Partei. Im Durchschnitt 62 Prozent. Jetzt der Wert für die AfD-Wähler, der zeigt 54 Prozent. Eine Mehrheit sagt aus Enttäuschung. Das hat sie als Ähnlichkeit mit der NPD. Und das hier, wenn hier eine Mehrheit, wenn hier ein Wert über 50 Prozent steht, ist das klares Indiz für Protestpartei. Also ein Wahlsieger ist ohne Frage die AfD. Der andere bleibt Stanislav Tillich. Er wird auch mutmaßlich der nächste Ministerpräsident sein. Aber das Wahlergebnis, das er heute Abend eingefahren hat, ist das schlechteste seit der Wiedervereinigung. Warum eigentlich? Ja, ist kein süßer Sieg. Das ist schon erstaunlich. Ein Ministerpräsident mit guten Noten, eine Regierung, deren Arbeit gut beurteilt wird, eine exzellente wirtschaftliche Lage. Ich glaube, ein Punkt ist, dass wir so sehr von internationalen Konflikten geprägt sind, dass es einfach innenpolitisch ganz schwer war, zu mobilisieren, Menschen für irgendein Thema zu interessieren. Wenn man sich die Wählerwanderung der CDU anschaut, das muss man sich immer vorstellen, niedrige Wahlbeteiligung, dann wird aber auch deutlich, dass die CDU ein besonderes Problem mit der AfD hat. Denn der stärkste Wählerabstrom, 35.000, das sind rund 2 Prozentpunkte, geht zur AfD. Und wenn man sich ältere Wählerwanderungen anguckt, 2004, 2009, dann sieht man, die CDU hat zur konservativen FDP hin, aber auch zur NPD und jetzt eben zur AfD, auch früher schon Wähler verloren. Die Magnetkraft dieser Partei hier in Sachsen ist also offenbar überschaubar. Holger Zastrow hat einen Solo-Wahlkampf, wenn ich es mal so bezeichnen kann, gemacht in Sachsen. Er wollte es allein schaffen, die 5-Prozent-Hürde. Daran ist er jetzt sehr deutlich gescheitert. Da könnte man befürchten, das sei das Todesurteil der Liberalen, oder? Ja, es ist ja auch die letzte Regierungsbeteiligung. Aber mit toten Glöcklein muss man vorsichtig sein. Wenn man mal schaut, wo es noch Landtagsfraktionen gibt, das waren für die FDP 2011 alle 16 Länder. Das ist im Moment genau halbiert, einerseits. Andererseits, es ist Nordrhein-Westfalen, es ist Baden-Württemberg, Niedersachsen, Hessen dabei, wo es FDP-Landtagsfraktionen zum Teil sehr starke gibt. Und ich glaube, das Schicksal der FDP wird sich entscheiden, hier in Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen. Da wird 2016, 2017 gewählt. Und bis dahin hat die Partei durchaus noch mal, glaube ich, eine Chance. Einen Satz muss man leider noch über die Wahlbeteiligung verlieren, unter 50 Prozent. Das ist enttäuschend. Wohan lag das? Ich glaube, dass es durchaus mit der internationalen Agenda zu tun hat, die ich eben schon angesprochen habe. Die Nachrichten, auch die Sendungen hier bei Phoenix, sind ja seit Monaten voll mit Ukraine, Gaza-Konflikt und dem Nordirak. Und in einer solchen Situation über landespolitische Themen zu streiten, also braucht man mehr Lehrer oder Kinderbetreuer, das ist dann vielleicht doch etwas, was nicht wirklich mobilisiert. Nimmt man hinzu, dass es eben ein Land ist, in dem die Wahlbeteiligung nie sehr hoch war, dann kommt man zu einem historisch niedrigen Ergebnis. Ich danke Jörg Schönborn im Wahlstudio in Dresden für die wirklich brandaktuellen Zahlen inklusive einer absoluten Neuheit. Herzlichen Dank, Jörg, nach Dresden. Vielen Dank.